ja hallo ihr lieben happy valentine ich schicke euch aller liebevollsten grüße an euch alle auch wenn sonst vielleicht nicht derjenige an euch denkt wo euch das wünscht aber ich denke an euch heute gibt ein schönes video hoffe ich freue mich wir sehen uns auf der libysche party in berlin gibt noch ein paar karten im märz 14.3 glaube ich und genau ich bereite gerade einen neuen kurs von notfallkoffer nach toxisch missbräuchlichen beziehungen gibt es gerade stark vergünstigt frühbucher preis und auf meinem hemmschermeyer privat auf youtube habe ich ein echt nices video von meiner jordanienreise wen das interessiert und wenn du mich hier auf youtube unterstützen würdest gibt es ja auch die kanalmitgliedschaft sehr coole sache wenn du sagst mensch christian ein bisschen unterstützen prima sache gut heute gibt es das wie ich finde also alles improvisiert heute wie ihr seht hoffe wir kriegen das hier hin ich bin gerade unterwegs schöne thema wir machen beide deine kurse also plus und minuspol kann das nicht funktionieren hallo christian ich würde mich selber eine einschätzung zu meiner situation freuen da ich selber momentan zu sehr in meinen emotionen verwoben bin meiner letzten und ersten beziehungen habe ich durch meine haupttätigkeit die verlustangst meines freundes stark getriggert es kam noch circa viermonatige beziehungen immer wieder zu krisen in der die beziehung in der er die beziehung grundlegend anzweifelte wir würden vielleicht einfach nicht zusammenpassen er ist sich nicht sicher ob er nicht ob er genug für mich ist dann haben wir ja schon auf jeden fall auch das pluspol thema aber der minuspol hat ja häufig das gleiche thema mit nicht gut genug sein er versteht nicht wieso ich jemals das bedürfnis hatte mit über zehn männern zu schlafen etc also ich finde ich bin ja immer der meinung wir sollten möglichst nicht bewerten wir sollten wir können für uns bewerten ob ein partner geeignet ist aber ist immer schwer also natürlich kann er für sich überlegen warum macht jetzt irgendjemand irgendwas aber ich persönlich finde es immer schwierig wenn man jetzt sowas bewertet ob du jetzt mit zehn männern geschlafen hast oder nicht vor allen dingen beim mann wird man vielleicht nicht so viel darüber nachdenken immer noch denke ich mal und die frage ist ja immer ob ihr offen und ehrlich in austausch gehen könnt ohne zu viel bewertung oder ob ich da ob euch das schon zu sehr anträgert das muss natürlich jeder gucken dass es in sich ist da jetzt nichts falsch dran also kann ja jeder machen was er will aber natürlich kann dann partner auch sagen das triggert mich zu sehr an das kann er natürlich machen das ging so weit dass er sich anschuldigen ausdachte und diese mit aussagen und meinem verhalten begründete auch wenn überhaupt nichts vorgefallen waren ja das ist einer dieser etwas ätzenden streittechniken aber gut ist es halt was man macht wenn man im schmerzkörper ist da müsst ihr halt beide mit eurem schmerzkörper dürfte jetzt arbeiten hier habe ich mich daran versucht der pluspol der beziehung zu sein bin jedoch aufgrund meiner bindungsangst das war meine erste beziehung nach ein paar affären ich bin anfang 20 immer wieder an einen punkt gekommen an dem ich nicht über meinen schatten springen konnte unter meinen gewohnten freiheiten festhalten wollte auch partys mit anderen männern tanzen zeit mit meinen männlichen freunden verbringen und auch kuscheln welche er nicht kannte und wovon einer eine ehemals freundschaft plus war ja ich finde das immer ich freue mich immer total wenn man minuspol schreibt weil ja ich finde es auch für dich ist wirklich willkommen bei mir weil das ist finde es auch wirklich gut auch für die pluspol zu sehen ja ich finde es auch völlig in ordnung völlig anders zu denken so ne ist halt nur die frage passt das dann also wenn du jetzt das ist natürlich du zeigst natürlich ein verhalten also sage ich jetzt mal ganz wertfrei was viele menschen total anträgern wird so ne und also wo die minuspole halt immer daran arbeiten dürfen ist oft sich besser einfühlen in den anderen da könntest du mal gucken ob du da thema hast letzten endlich kannst du kannst natürlich machen was du willst wenn du wenn du ehrlich bist dem anderen gegenüber dann ist doch alles fein aber mal zu überlegen wenn also für dich wäre jetzt die frage wenn andere mit dir so in der beziehung wenn du jetzt dein freund das genauso handhaben würde kuscheln mit anderen frauen andere frauen antanzen wenn du dann damit auch okay wärst dann ist alles fein dann brauchst du irgendwie so eine art halb offene beziehung oder so ne aber wenn du jetzt sagst boah ich würde durchdrehen aber das für dich selber rausnimmst solche sachen dann wären es die doppelstandards die ich echt problematisch finde so aber hast jetzt nicht geschrieben aber das wäre meine frage an dich jetzt so ne ähm nach vielen gesprächen mit einer freundin die deinen kurs gerade macht und ihre beziehung mit sozusagen mir in männlich das finde ich total witzig also mit dir in männlich hinter sich hatte sprach über diese dinge und begriff dass sie ein konstrukt aus meiner bindungsangst waren und ich diese loslassen müsse um eine harmonische beziehung zu führen ja ist doch tolle erkenntnis prima meine einstellung und mein verhalten habe ich in dieser hinsicht geändert kein tanzen keine körperliche mit freunden und auch diesen kommuniziert immer wenn ich nun merke ja das ist doch großartig freue mich total für dich und für euch immer wenn ich nun merkte dass sich ein widerstand in mir aufbaute der sich aus der bindungsangst ergab brach ich die situation kurz ab reflektierte und startete neu leider kam es noch einer langen aussprache durch alkoholeinfluss also wenn ihr wirklich irgendwas tun wollt für eure beziehung was ganz praktisches lasst alle den alkohol weg also alkohol ist totaler streit beschleuniger also ohne dass man jetzt in irgendeiner weise alkohol suchtprobleme hätte oder so einfach alkohol an sich kam es noch einer langen aussprache durch alkoholeinfluss seinerseits kurze zeit darauf zu einer weiteren infragestellung der beziehung die für mich am extremsten wahrgenommen wurde ja meine ehrträger hatte ich ja auch an sieht man hier ne ich beendete die beziehung worauf für ihn die welt zusammenbrach mir telefoniert nach der trennung auf seinen bitten hin noch einige male hier war die überlegung ob es noch eine chance für uns gebe ich stück vor die beziehung tatsächlich zu beenden deinen kurs zu machen und uns über unsere gegenseitigen erkenntnisse auszutauschen um vielleicht neu starten zu können für ihn aber eine trennung mit kontakt keine option er stellte mich vor die wahl die beziehung weiter zu führen oder den kontakt abzubrechen da für mich die basis der beziehung jedoch einen so großen schaden genommen hatte entschied ich mich dafür den kontakt abzubrechen und kommunizierte ihm dies wir trauen uns noch am gleichen tag und uns zu verabschieden und die letzten gegenstände auszutauschen die trennung für uns beiden unglaublich schwer jedoch bedanken wir uns gegenseitig für die zeit und redeten noch einmal offen über unsere liebe zueinander sorry wir tragen beide seiten der ängste in uns und triggerten so immer wieder eine angst des anderen auch dieses begriffen wir was uns zumindest den abschied dann wenig leichter machte nun machen wir beide trotz diesem ausgang des kontaktverlustes deinen kurs du müsstest ja auch dann unbedingt modul 4 machen dann partner vielleicht eher modul 1 und beide könntet ihr modul 3 machen auf jeden fall so und ich frage mich ob dies nicht ein fall ist in dem ein hundertprozentiges aus dem leben streichen nicht der beste weg ist also du fragst dich ob das wirklich so der weg ist dass ihr euch beide hundertprozentig aus dem leben streichen wir arbeiten beide unseren themen und wollen etwas verändern ich weiß dass wir beide liebessüchtig sind und es ist uns deshalb mit dieser trennung nicht gut geht oh man ich habe irgendwie den krümel hinten aber ich will jetzt auch nicht stoppen was auf dem iphone ist kann das wieder muss ich es doch schneiden ähm die beziehung war für uns beide bis auf die umgenannten krisen was wir uns als dauerhafte beziehung vorgestellt hatten und sehe ich nicht die enormen baustellen in uns die ohne eine trennung immer und immer wieder aufgetaucht werden hätte ich sie nicht beendet aber es gibt gibt es in einem solchen fall nicht die möglichkeit man no meta ähm ich dachte eben alles negative durch den kurs aufgelöst und losgelassen wurde wieder neu kennenzulernen und eine neue gesunde basis aufzubauen ja total schöne frage für den sorry valentinstag heute ähm ich würde sagen ja man ich ziehe das jetzt durch scheißegal also ich würde sagen ja auf jeden fall ähm das sage ich eigentlich auch immer wenn wirklich was aber echt die absolute ausnahme ist wenn wirklich beide partner wirklich vom herzen an sich arbeiten wollen äh absolut ich habe das ab und zu mal mitgekriegt dass partner äh parallel von mir die kurse machen äh kann man auf jeden fall probieren und an euch arbeiten müsst ihr ja sowieso sonst habt ihr ja mit dem nächsten partner den gleichen kleine Radar äh unter umständen muss nicht unbedingt sein aber könnte sein weil sich eure anziehungspunkte ja hier noch nicht geändert haben so ne also an euch arbeiten müsst ihr sowieso und äh ich habe nur einen bedenken und das ist es gibt einfach äh es gibt einfach den fall dass einer partner einfach zu sehr anträgert ne also es kann sein die frage ist ob ihr kompatibel seid trotz aller ähm ähm anziehung und wirklich vom herzen wunsch dran zu arbeiten kann einfach sein dass ihr irgendwann sagt ähm das hat man so manchmal bei plus drei minus drei beziehungen das ist dieses liebe schipperometer findest du auf meiner webseite im umsonst kurs ähm also äh bei plus drei minus zwei beziehungen hat man es manchmal so dass man beide gerne wollen und sie arbeiten an sich und es ist trotzdem echt ein tanz äh auf dem drahtsaal so man einfach immer wieder sieht boah das trägert mich so an irgendwie und natürlich ist träger immer prima sieht man die eigenen wunden sieht man die eigenen themen aber es gibt einfach auch fälle wo man sagen muss boah es ist einfach zu anstrengend ne und ich es ist nicht besser jemanden zu finden der werte oder ein verhaltenssystem hat was noch näher an mir dran ist so ne also wenn ihr beide das gefühl habt ihr müsst euch komplett umdrehen um die beziehung führen zu können dann könnte es irgendwann schwierig werden aber sich jetzt die zeit nochmal zu nehmen und die kurse zu machen und zu gucken wie es dann weiter geht finde ich eine grandiose idee gut sorry für das etwas anstrengende video und genau ich hoffe ihr genießt euren valentinstag notfalls mit euch selber geht schon ins kino oder führt euch selber mal aus und wir werden es bald wiedersehen